Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live in the Woods. So, jetzt hat mein letztes Mal hier angefangen das Glasdach zu bauen. Ich hoffe mal, ob man das vielleicht umschüsseln kann. Das kann man aber umschüsseln. Ich gucke mal. Ich mache jetzt erstmal das eine Glas hier rum und gucke, wie das dann aussieht, ob es gut aussieht oder nicht gut aussieht. Und ob wir vielleicht oben dann nochmal Holz reinmachen oder nicht. Nein, geht ja nicht. Da kann ja kein Holz reintun. Weil dann fängt das sofort an zu brennen. Müssen wir später dann nochmal ein bisschen Sand sammeln. So, jetzt weiß ich, wieso er mal Schaden bekommt. Weil der liebe Jungen wieder was zu essen braucht. Dann kommen wir gleich. Dann sind wohl noch einige Fenster dazugekommen. Wie man sieht. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, wenn das so durchgehend ist. Gucken wir mal, ob wir irgendwas zu essen bekommen. Schnell. Mh, mh, mh. Mh, mh. Sterben tut man nicht. Aber, naja, das stört trotzdem, dass, wenn der liebe Jungen die ganze Zeit da, mh. Wenn man die ganze Zeit so ein Schlaggeräusch hört. Zumindest nervt, äh, mag, äh, nervt mich das. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Was ist denn hier drin, was wir nicht unbedingt brauchen? Schauen wir mal hier wieder den komischen Salpeter oder was das da ist. Ich weiß mal, jetzt mal kurz hier rein. Da wird uns das ja bestimmt nicht auf die Nüsse gehen. Bewegt sich doch mal einen Schritt schön nach vorne. Nö. So, bis wir das Deck voll haben. So. Und jetzt erst mal. Erst mal. Steht schon mal nicht schlecht aus, aber dann kann man noch. Na klar, jetzt regnet es natürlich. Na, dann gehen wir mal schlafen. Während der letzten Folge genauso. Da hat es ja auch geregnet. Pokémon Go finde ich noch immer gut. Ja, im Moment ist ja da der Demon Hunter gekommen. Und das interessiert mich auch bei WoW. Und dann spiele ich den jetzt auch ein bisschen. Und natürlich die anderen Charaktere. Habe jetzt mal entsorgt, was ich nicht unbedingt, wo ich nicht unbedingt mitspiele. Also an Charakteren wie Krieger und Paladin. Todesritter. Und Todesritter. Vielleicht werde ich die irgendwann mal, wenn ich alle anderen hochgespielt habe oder so. werde ich die dann wieder reaktivieren oder so. Mal gucken. 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 Idee habe ich jetzt. Kann man aus diesen kleinen Scheibchen auch wieder große machen? Geht das? Ne. Gucken wir mal hier rein. Ne. Scheinbar geht das nicht. Ne. Gut. So. Neue einmal eine wunde schüsseln. nimmt dann möchte ich denn hier so dass da aber das gleiche mit dem ihr auch noch hat immer dann als dach dass damit er kann man so lassen damit wir das damit wir das erkennen können ok ich muss sofort was essen dass mein kopf wieder richtig arbeiten oder durch keine kopfschmerzen ein von beiden so so Ja, dann mal. Gucken, wieviel wir da für das obere Dach brauchen, noch von den Karten das Ding da, na klar. Wir müssen auch jetzt hier lang gehen. So. Ich fühle sogar eins. Ja, komm. Die Kacken. Weil er da draufsteht, oder was? Wie so in einem Horrorfilm hört sich das gerade an, die Musik. Na klar. Ja. Super. Okay, das geht schon mal nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Ich gehe das einmal hier von oben auch rein. Okay. 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 tweede. Okay. 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 Again. Ah! Ah! Oh! Ah! Denzo Ah! 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 Geht mir das auf die Eier, du echt mit dem Feuer hier. Geht mir das auf die Eier. 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 Manchmal muss man sich so ein... Das ist gleich mal an. Entweder kann man das so lassen oder eher nicht so. Manchmal brauchst du Jahre um die Dinger abzubauen und jetzt geht es in zwei Sekunden weg. Weg, oh weg. Bisschen... Knopf. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, wir machen die hier weg nochmal. Sieht jetzt gut aus mit dem durchsichtigen Glas. Keine Angst, das Glas, wisst ihr ja, das soll man ja alles wieder auf. Dann gucken wir uns das mal von Weitem an, gehen erstmal pennen und dann gucken wir mal. Gesundheit, äh, tja, ich wünsche mir selber Gesundheit, genau. Entschuldigung. Mein Kopf tut so weh, Uli, Uli, Uli. So, dann kommen wir wieder schnell nach Hause. Schnell nach Hause, Baby. Oh, schuldigung. Sorry. So. So. Und ich habe geguckt, wie es aussieht bei Nacht. Naja. So, jetzt mal gerade egal, ne? Oder? Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, 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 ja. So. Mal gucken. Jetzt können sie uns weiter drauf gehen, aber jetzt können sie sich nicht verbrennen. Haufe ich jedenfalls. So, dann könnte man, könnten wir noch ein bisschen einen Weg weiter bauen. Wie viele Stufen haben wir denn noch 44, das kann man ja dann mal hierhin tun. Die Steine können wir ja umschißeln, wenn man wollen, wenn wir müssen, oder so. Elic. Ich meine, wir müssen ja nicht weit weglaufen und wir haben, wir haben ja genügend Platz im Winter. Ich weiß nicht, wieso der immer eine Fackel, äh, so einen Schalter mit rausnimmt. So, dann machen wir das ganze Zeug, was wir jetzt nicht unbedingt. Entschuldigung. Ich muss mir nachher aber unbedingt mit den Haare aus der Nase schneiden, weil das juckt. Ich weiß nicht, wie so ein, weiß ich was. So, weg damit, damit, das hier, dieses hier, die wollen wir jetzt auch nicht, erst mal nicht. Toll, so nett. Das ist das denn, ja, Sellerie-Sat. Naja. Die kann man auch gebrauchen. Der Woll. Ja, da kann man auch gebrauchen. Das nicht. Die kann man hier doch auch aufeinander tun, ne? Ja. Da kann man ja auch noch die Leitern wegkräumen. Ja. Für euren eigenen Dorf hat gar nicht leider nichts dafür, kann ich nichts dazu. So, dann gehen wir jetzt mal zum Weg hin und dann, guck mal, da hat er dann noch so ein, zwei Windungen dran schrauben. Also, da dran bauen. Mit Spuck und so. So. Halbe Stufen haben wir ja noch. Also, ein paar Stufen haben wir ja noch, damit wir das abstecken können. Oder so machen können wir mal wollen. So. Gehen wir erstmal hier runter. Nehmen wir erstmal die Erde, die wir hier noch haben. Gehen wir hier, oh, dass wir hier weitermachen können. Was ist das denn für ein Geräusch? Heute geht es los, wir machen den Weg weiter. Noch besser wäre es gewesen, wenn das Glas so ganz durchsichtig gewesen wäre, aber naja. Vielleicht machen wir das dann beim nächsten Mal. Machen wir das anders und dann gucken wir doch mal, ob es dann gefällt oder was wir machen. Wir machen jetzt erstmal gerade und machen da eine Brücke drüber, hier über den kleinen Tümpel. Also, wenn ich gerade mal kurz faul bin, machen wir das so. Ähm, di-di-di-di-di-di-di. So, zwei Brücken, zwei Brücken, so kann man doch machen, oder? Komma doch noch machen. das war ein bisschen da ist ja nicht noch mal so wir machen dazu die ich das will also ja wenn ich level achte man muss jetzt 25.000 eps sammeln bei keine ahnung was er jetzt gemacht hat da ist er der übel täte pokémon go und muss jetzt 25.000 sammeln wird schon wird schon ein hartes stück arbeit das alles zusammen aber naja gucken wir mal eine schaufel zufällig zufälliger weise irgendwo hier ist auf jeden fall keine drin vielleicht haben wir hier einen drin sind unsere bäume drin ja okay hätte ich auch vielleicht lesen soll werde ich ganz so verkehrt gewesen was mache ich denn hier ja gut dann machen wir das halt per hand ist ja auch nicht so schlimm ich glaube ich habe auch mal wieder ein bisschen mehr für sie immer hier dann stimmt zwar nicht mit der einbrücke überein aber was soll es das soll ja nicht soll ja schon ordentlich aussehen aber soll ja nicht alles symmetrisch hast du nicht gesehen dann können wir ja nichts dran verbessern oder auch keine ahnung so moment war jetzt die spitzacke drin die obstwärme drin hätte vielleicht mal lesen sollen das mit einfacher rucksack so weiter geht's so weiter geht's mach es gerade weg weil doppelt ist dann passiert wieder das gleiche genau das gleiche es sieht hell oben aus mehr dann aber auch nicht vielleicht hat man das hat man dann noch um das noch mal eins höher machen müssen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich kann mich immer noch mal nicht aber es wird nicht unbedingt ja so moment müssen wir erstmal schieseln wird mal hier wieder ein paar dinge haben die sprache da flippe ich aus bei so weit im von 50 mal 32 mal hintereinander setzt er jedes mal die kacke jetzt jetzt hier gesetzt haben dann machen wir erstmal die folge und dann machen wir dann beim nächsten mal weiter hier holen wir mal was die reise sind jetzt dann wieder so eine brücke zu bauen ich glaube von diesen keilförmigen dingern haben wir ja noch was aber das mal machen wir das mal bis hierhin aber seitdem er dann da mit pandaria sind ja jetzt wieder am ende von mr pandaria kam ja kam ja der troll da der wollte ihn und jetzt jetzt am anfang da von dem addon von dem ach hier wo die invasion angefangen haben wo die invasion angefangen haben ist ja der häuptling gestorben und dann kam er wieder neue aber das sieht er dann entweder selber oder also seht ihr dann in meinem let's play noch mal da kann ich das noch mal zeigen und ja und dann wünsche ich euch das erstmal viel spaß mit dieser folge bedanke mich fürs so sehen bis hierhin und bis zum nächsten mal wünscht euch euer dragon ciao